Der Geist ist ein hinterlistiger Killer, der sich auf Täuschung des Gegners spezialisiert hat. Mit Geruchssinn kannst du Jäger und Tiere in der Nähe orten. Nachkampfangriffe sind auf kurzer Entfernung sehr effektiv. Friss, um Panzerungen zu sammeln und dich zu entwickeln. Der Geist kann praktisch jede Oberfläche erklimmen. Teleportiere dich, um schneller voranzukommen. Die Teleportationsfähigkeit lädt sich mit der Zeit wieder auf. Der Geist teleportiert sich in die Richtung, in die du dich bewegst. Nutze Teleportationsexplosionen, um dich zu einem Ziel zu sozialisieren und dort eine Explosion auszulösen. Mit Entführung kannst du Gegner vom Rest der Geist trennen. Setze eine Ablenkung ein, die für dich kämpft, während sie sich unsichtbar macht. Supernova schafft eine mächtige Arena, in der der Geist kämpfen kann. Er bewegt sich im Nahkampf schneller und richtet mehr Schaden an. Jeder kommt auf Zoom!